hallo herzlich willkommen wieder zurück zu ttt nicht mit den gleichen verrückten wie beim letzten mal sondern diesmal haben wir den bei den marschern jahre junior in denen ja gut vergraschen bin ich momentan sorry deswegen den frage von dem bunten politisches statement setzen und ich bin innocent ist nie in der center ich bin nicht wenn ich das sage was ist wenn der torter geschossen da ist jemand tot da ist einer ich sehe den kinder ich sehe die immer weiß nicht was war ich weiß ich weiß ich bin er hört sich an als wenn fabian nicht mehr im leben ist aber der schein kann natürlich auch trügen also ich vertraue bunte abde vollkommen okay sage ich doch bunte abde den kann man immer vertrauen war da wäre es noch im leben hatte junior sagt er dass du traiter bist man wir leben nur noch mal sein ja ja dann besteht aber in muss kann sie deiner modi erzählen aber nicht mehr übrigens heute wieder aus meiner perspektive da erb ich habe leben die weiß nicht schnell ich wollte mich vor fabian verstecken ich meine damit probleme ja also psychische ausnahmsweise noch und die jungs haben mich angebettet pass auf nimm du lieber auf auf das filmplakat angeguckt was hier so in der lobby hängt ja so ist die über die bier bier an der submarine ja alles wo ja hier auch jay simpson terminator ich hab mir das ok es ist hier beim eingang guck mal alle granaten werden dann hat er von da hinten ich habe sie geschmissen ich kann die choice ich kann die schweiß alter alter der brenn der karte hier oben kommt man hier hoch reality sucks dieses dings ist es für willi der spricht doch vom ersten film ganz am schluss über den jungen ins mehr ganz genau ich habe ich habe die granate und dann ist die granate war ich nicht ich werde ich weiß ja das hat mit der kage klaut die hat schlagen nehmen die akka die shotgun die shotgun ich habe die ganze zeit versucht wird auf jungs ich habe hier die ganze zeit versucht die shotgun hervor zu holen die lage nicht runter der hat die akka hallo hat geschossen ich glaube ich war schon mal geschossen glaube ich marschung ja das ist marschung wenn er nicht mehr redet also aller wer schießt wer wird hier ich habe eine smoke ich glaube der hd ist alter als wenn ich das bin man jungs hier kann man nicht vertrauen danke okay ich kenne mich also mal los ich weiß nicht jungs ich bin eigentlich friedlich ich habe auch keine ahnung warum bunt und man red doch macht rum ladies also ich war erhält die sind ja noch beide am leben die sind beide traiter ja 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 aber wenn sie das machen aber ich habe es doch gesehen die leichen ich habe es aber nicht identifiziert du bist aber ein schlingel ja ich war bei den wohnheiten alter weil das ist so ein scheiß da macht der macht wieder die erfahrung ist aus wie sie müssen wirklich bei zwei traitern ich scheiß aus kammer einfach weg machen ja aber ne jungs ich habe ich habe die ganze runde nichts gemacht außer die versucht die shotgun jetzt ohne spaß ich habe echt nichts gemacht weil echt nur die scheiß shotgun minecraft wo ist da auch noch ein kraft movie man ein film von hallo sind alter wo bin ich hier ist feuer da schade ja ich bin hier gibt es auch was gescheitert juni und da ist nichts drin aufläuft wir können ja noch hier fabi fabi rafak raschen ich habe mich nicht dass ich das ganze sagen ich glaube dass das gegen russen kann das sein ja ja ich glaube ich habe hier ist echt terminator warte eigentlich schon warte schon in den neuen ane der kommt ja erst raus bei euch haha ja wieso ist er bei euch schon draußen oder wie ich habe verbaden der vorpremiere fr ich denke ich habe sofort fr das ist mir lieber warum du kannst du kannst mich ruhig ruhig ganz nein nein jetzt sind wir alle mann ist ein freiter ohne wir anscheinend leben noch da hat jemand geschossen machen wo man die anderen geschossen kommen ja wenn alle hier oben sind kommen wir jetzt waren hier unten deswegen ist die wahrscheinlichkeit hoch dass du da ist dass du da wenn du mir nicht gleich in den rücken schießen ich weiß ich hatte hat die peusen gar nicht funktioniert ich habe ich damit eigentlich angeschossen ach so ich sag wohl steht so war meine waffe auf man weg er kann haben wir auf den boden geworfen habe ich doch gesagt das ist so viel heißt diese viel ist einfach spannend ich bin schon wieder trader ja der junior ganz ehrlich ich trau dir nicht mehr nachdem man schon mir die nummer abgezogen hat wie ich bin hier ja ich bin hier ja ich bin hier oben der ist ja welcher jetzt ich hätte ich so weglasen können alter wer wirft die granaten wieder ne feuer alter wer hat die scheiß granate geben müssen war das hanniger junior ne aber ich war beim armann ich werde beschossen von von fabien das ist feuer was war fuck das brennt wer ist denn jetzt fabi ne ja fabi ja und du wichser sehr gut gemacht drei schüsse und ich bin tot und ich schieße für erste auf dich und vor allem scheiß ich dachte beim headshot ist man gleich hin ich schieße den kopf doch mit der richtigen waffen schon schade okay oh guck mal wer da auf ersten platz ist jungs ihr könnt mal den namen sagen ja ja ist in ordnung ich gebe OJ eine inzwischen die ordnung bam OJ OJ ne aber wie gesagt ich empfehle euch auf jeden fall in terminator reinzugehen der ist einfach so unfassbar geil gewesen ihr müsst zwar alle teile davor kennen hier ist skynet mountain ihr müsst zwar alle teile zuvor kennen weil das ist auch aus dem film von 1984 was mit drinne deswegen ja dann mach mal ne session demnächst ne let's watch terminator part 1 bis weiß ich wie viel es gibt das sind die sechs ja danke ich fand ich nicht aber mal ihr wollt wie vieles Text einmal geschossen haben wir ash verdict nicht ich weiß nicht ja wienced verschwinden verschwinden ich bin oben in der lobby sind auch in der lobby jetzt okay ich mach aber junior was weiter weg machen oder nicht ja nur weg machen der auf uns geworfen ja und jetzt werde ich schon wieder beschlossen na super er hat gesagt ja wir müssen konsequent machen und er war genau ja danke jungs ich stelle ich in der zeit schon mal das trader menü vor jungs könnte jetzt mal hier bestaunen dafür werfe ich noch mal kurz die ak weg was ist mir hier damit er nicht von hinten kommt ab jetzt habe ich keine punkte mehr toll fabian verdammte scheiße wieso hast du das denn so viele schüsse überlebt das ist unglaublich kommt jetzt die wilde beste an du ich ja fabian hat so oft auf dich geschossen jetzt hätte die rausgerannt und hat auf dich drauf geschossen ein schuss hat auf mich gesetzt ein schuss und da waren wie viele kugeln drin ich weiß nicht 20 30 mehr ich habe nur einen schuss abgeklickt ja ja dann habe ich ja ja das scheißradar bringt einfach gar nichts ja dauert ein bisschen bis aufgeladen ist nicht ich bin hierbei noch jemand bei fabi bin ich bin ja ich bin bei dir ja da oben war junior ich bin aber die chance wenn wenn die wenn du wenn ich wenn du trader beschießen den kopf was wenn du trader ich bin ja ich bin ja okay ja dann ja eindeutiger beweis hier liegt ein toter da ist in meinem keller liegt eine leiche höchste haben wir hier wieder mushroom ist absolut innocent und lösen ja ich weiß nicht kann fabi aber auch nicht vertrauen ach kommen wir vertrauen uns jetzt einfach und da meinten das bunte und das hat dann kommt ja dann geht es mich gleich wo seid ihr eigentlich ja ich sind da ich bin glaube ich zweiter hingefahren zuvor sie ist ein hotel ich komme aber ab in der lobby ich verstecke mich wenn ich ein lobby ist hat die junior geht aufs klo ich glaube es wird erwischt weil ich weiß nicht hat gesagt junior ist es ja ja gut ich habe gerade auf dem klo wach nach jungs hätte ich habe ich jetzt beide ich habe gedacht jetzt steht da oben auf der treppe warum hat euch der friendship nicht getroffen ich habe ja nicht mal was gemacht also ein trader war das ja eigentlich alles ärgerlich gedacht ich hole euch jetzt beide direkt weg ich hätte andere noch kurz leben lassen sollen dass er sagt ja du kannst es nicht gewesen sein ich habe ich doch gesagt doch stimmt ja stimmt ja bisschen länger wirken lassen hier einfach verstecken sollen das war ja das war ja das war ja das war ja aber da hat eben ich könnte es nicht sein wir waren oben gerade haben dann warst du ja genau deswegen oder wir machen beide weg das wahrscheinlich unschuldig das heißt er macht jetzt den anderen weg bei euch fabian oder ja wir sind gerade mit einem klopfen hat keiner was gemacht muss ein trader sein wenn ich wenn ich nicht mehr und der bunte 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 das war fabi war der fabi er war traiter ich habe gedacht da kommt er an und ich habe gedacht da kommt er an holen und schießt auf den hd und dann läufst du in dem mit du aus der tür raus und ich kenne dich super alles falsch gemacht was man falsch machen kann ja trotzdem gepasst hast du jetzt nicht gemacht oder doch leider schon hast du jetzt nicht gemacht hilfe ich will mich umbringen das war ein glück dass ich eh noch bin alter ja ja wahrscheinlich wieder trader da war ich jetzt schon übel lang nicht mehr also wird mal wieder zeit wird mal wieder zeit ist ja ich habe mal zu beten gefunden jungs also wir sind die anderen also entweder sind wir beide drei innocent oder einer von uns ist es also ich bin noch hundertprozentig innocent weil ich keine ahnung hast du bist hinlaufen das heißt du bist so eine prozent weiter was soll ich machen fabi ja hallo warum hast du mich angegriffen an und von zoll ok an und was schon da war es da war es also erlebt noch ich lebe noch ich liebe auch noch wer noch hallo hallo alter ja ja und es ist schon hart ist schon hart so so ein feuer zu legen ein kleines feuerchen so gerade hören uns die anderen nicht und ich höre sie auch nicht noch mal kurz zur kleinen info also die folge werde ich noch mal aufnehmen aber danach wird nur noch die junior aufnehmen also wenn es da nichts weiteren komplikationen kommt und ja das wollte ich noch mal kurz gesagt haben und jetzt mache ich mir wieder auf laut aha ok ist dein kompagnon eigentlich tot oder kommt jetzt endlich zu zweit es dauert ein bisschen keine ahnung ich versuche ihn gerade und versuche ihn wieder zu beleben ich weiß aber nicht wo er gestorben ist wollte ich dir vielleicht nicht sagen aber ich sag's einfach weil ich es kann ganz harter ganz harter hund ansonsten alles cool ja soweit also passt lässig lässig warst du das noch ein oder war das andere das war ich ja hast du einen erwischt ich glaub schon ich glaubte ja nein den fr habe ich glaube ich erwischt er wollte gerade zum pinkeln auf die toilette und dann habe ich ihn weggenetzt ja immer beim pinkeln immer beim pinkeln so geht es den besten ja ja ist schon hart ja ja es ist hart mir lauft wahrscheinlich im kreis findest du ihn oder brauchst du ihn? findest du ihn oder brauchst du ihn? nö 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 ich äh das ball ich jetzt für mich für mich achso also nein nö also ne nein mh ih cool ach ja scheiße hm ich glaub die toten können nicht lachen das sind meine anderen identitäten die da so mit lachen da kann ich nichts für achso klar ja stimmt stimmt hat man halt man hat's oder man hat's nicht ja ja wer führt eigentlich? oh ich führe ne scheiße gar nicht na also der führt ich glaub das wäre ein angenehmes ende weil wir noch fünf sekunden ja hast du kein radar gekauft? na ah na da das gibt's ja auch noch ah hab ich gar nicht gekauft nicht dran gedacht aber schöne runde ich gebe dir die hand hallo fabian hallo fabian fabian du hast mich umgebracht äh alter schießt arnold ist es scheiße was wer ist es jetzt von den beiden jungs hab ihn hab ihn ich konfirm neu da war eine light stop 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 na warum soll ich stoppen ja klar ich mach den später weg und dann schießt du mir in den runden wie ich bin schon angesprochen habe ah das jemand hat mich eingeholt gerade ja 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 keine trader zeit weiße ja fabi ja ich hab ne flinte ich lege genau hinter farbi ich könnte ihn so leicht deine weg natzen du mach doch einfach ne mal ne punkte ach so oh es geht um zweiten platz ne dann bist du aber sicherlich innusent ne aah dann trau ich dir oder vielleicht noch nicht mach schon mal sehen da schieß hier mal wieder ja 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 hab ich auch gehört hab ich auch gehört ja ich bin's nicht also ich bin's oh hier liegt eine leiche du hast gesehen ich kann es nicht sein ich war hinter dir dann ist es hab ich ganz ein anderer sein das ist junior ok warum ich hatte ja junior stimmt doch gar nicht ja junior und gg kommt da um die ecke und hat die rheinland ich hab mir grad einen radar gekauft deswegen oh shit war easy jungs so das war wieder ttt auf dem chalet keine ahnung wie die map eigentlich hieß äh ski resort ok obwohl was nehmen wir mal jetzt können wir eigentlich Clou wir können Clou nehmen jungs bis zum nächsten mal yo bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal